hallo und herzlich willkommen mein name ist witzbahn mit dem spiel quake jetzt natürlich steht den level namen überlesen können aber gerade nachgucken ok dann machen wir das ganze doch einfach mal aber wie gesagt jetzt ist total blind ich weiß nichts mehr leben einsacken munition einsacken warum geht die tür schon auf das was du kannst kann ich auch kann auch nach links und nach rechts gehen so ja jetzt wird es interessant goldrüstung mal gut aber wir sind ja voll mitnehmen so lang warum brauche ich denn im biosuit wenn ich ganz normal im wasser du hast mich doch gar nicht getroffen habt doch das hier ja ein silberner schlüssel das wäre ja zunächst mal was da müssen wir bestimmt reden ist das geil dieselbe ja die hat diese freundchen doch ist dieselbe munition schießt auch nägel also sind eine super nagelkanone falsche waffe meine nase blutet ich mag nicht wenn meine nase blutet ja gut ich glaube man sollte halt auch aufpassen wie man die granaten schießt könnte ungesund enden also ein bisschen aufpassen wahnsinn 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 jetzt langsam wird es interessant habe das gefühl die sind auch etwas aggressiver hier entspannt euch doch mal da kommst du wieder runter sehr gut dann kann ich mich hier unten zumindest noch mal kurz umgucken leben mitnehmen munition ist immer nett und nützlich ähm wartet dann können wir doch jetzt können wir eben nicht so ein scheiß okay einmal oben ja 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 so ist das also hier mal knöpfchen drücken mal gucken was passiert aha da geht eine tür auf und entscheidend gegner ja gegner tolls kannst du so viel ballern wie du willst das stört mich nicht ähm da liegt noch nagel munition nicht runterfallen ist hoch da könnte man sich verletzen ja 88 leben das geht ja noch aber ich hätte schon lieber mehr wie 200 kann man nicht nehmen schade aber die nerven die treffen mich durch die bände so jetzt müsste man natürlich wissen wo man den silbernen schlüssel denn überhaupt braucht ach guck mal da geht noch ein dann bin ich mal so frei äh das war ziemlich dumm also vorbrechen einfach so ist eine ganz schlechte idee merke ich mir und werde es bei nächster gelegenheit natürlich wieder falsch machen da oben läuft was rum ne ist zu weit weg ähm schalter schalter ok für die eignet sich diese schnelle nagelkanone also echt gut für die auch ja ok rüstung voll leben voll hallo da ist ein loch und da ist auch ein loch also kann man dahin dann auch aber nicht der 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 dem sequence kompletten ja also ich stelle mich ex gerade mal nach der leben leben ist gut das nehme ich mit das gönne ich mir jetzt so da müsste man noch hinspringen können so gut mal funktioniert war aber falsch richtige richtung da muss ich lang mein gott da noch gucken da noch ist da ist was will ich dahin ja ich will der rockets sind jetzt doch raketen dann können wir die jetzt mitnehmen und dann können wir da die treppe rauf genau liegt die schlafen ach ich vergesse es immer wieder so ich wollte munition rüstung wäre mir lieber gut heilung ist auch in ordnung mit der axt habe ich noch kein getötet naja das unklug tot gut 8 rüstung hier 90 leben ja für den verschwende ich gerne nägel so dann ist das level hier jetzt auch zu ende mit wenig rüstung ins nächste level gehen na gut dafür ist es sind die hp noch recht in ordnung ja dann zeich mal neun minuten und sieben lohnt sich das jetzt noch eins zu machen dann wird die folge nachher viel zu lang und dann dauert der finger ewigkeit müssen aufladen wir schauen uns erst mal an episode 1 mission 5 oder level 5 und wie heißt es gloom keep okay sieht ja nicht schlecht aus haben wir schon leben das nehme ich jetzt aber nicht das heißt das sehen wir dann in der nächsten folge bis dahin wünsche euch was euer fitzbahn ciao bis dahin 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 bis dahin